So, willkommen zu einem kleinen Special bei Joway, ja, ich bin hier fett am Farmen, einer Legendary, man kann es sich sicher schon denken, obwohl es gibt ja zwei in der Instanz, in diesem Raid, ich werde mal zeigen, ich meine, welche Waffe, ähm, dieses Teil hier, wunderschön. Ich habe, oh mein, ich habe hier zehn davon, da die Fessel und Essenz von des Feuers. Die Quest habe ich auch, mir fehlt nur noch die eine schwule Fessel, an der ich schon so lange am Farmen bin, und, naja, vielleicht droppt sie heute, wer weiß, wer weiß. Also, ich hoffe mal, dass sie droppt, wenn nicht, dann werde ich erstmal fett ragen, natürlich nicht, doch, nein. Da ist der Hurenson, auch schon. Ich bin markiert mit einem pinken, schwulen Diamant. Jetzt kriegt der erstmal fett aus dem Moment. Das ist noch alles zünden. Ähm, ähm, wo ist denn meine ganzen Attacken? Da ist das rausfallen. Ähm, ähm, da ist ein fetter Trank reinwerfen und... Nice, da geht's auch schon los, die Party. Bam, 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 bam. Los, ich kriege Wut. 20 Grad. Oh mein Gott, bist du schlecht, du bist so schlecht, erst der über 85, so scheiße, quip. Ja, ja, ich spiele auch nicht wirklich oft. Früher habe ich gesuchtet, das Game, aber... Naja, jetzt vielleicht ganz selten mal noch, aber zu mal. Hoff ich mal, einen Monat höchstens pro Jahr, allerhöchstens. Und, und, und? Alter, langsam habe ich keinen Bock mehr, die Scheiße zu fahren. Bald ist der Monat wieder abgelaufen, dann war es das erstmal wieder. Oh Mann. Na ja, das war's dann auch schon, das war sozusagen ein kleines Mini-Special. Oh, wenigstens ein bisschen Gold. Ja, das war ein kleines Mini-Special so. Ja. Ähm, falls ihr irgendwie ein kleines Tutorial oder sowas haben wollt, wie man zum Beispiel an das hier alles rankommt, einfach... Kommentare schreiben oder, keine Ahnung. Oder wenn ihr mehr irgendwelche Videos hier von WoW sehen wollt, obwohl das, das geht, naja, mein Monat läuft bald wieder ab. Dann habe ich aber keinen Bock mehr wieder auf WoW, weil es mich langsam schon wieder, wechs schon langsam wieder scheiße finde. Weil es irgendwie nach einer Zeit von langweilig wird. Na ja, aber solange mein Monat noch hält, könnte ich noch ein paar Videos machen, aber mal schauen. Ich habe ja noch ein paar andere Projekte laufen, passt schon. Na ja, man sieht sich dann vielleicht im nächsten Video. Ciao.